Hallo, also im Moment bin ich noch am Leben. Was ist mit dir? Ja, ich lebe. Das wollte ich nur mal dokumentiert haben. Und sie, Frau Vogt, ich lebe auch noch und wir werden weiter kämpfen. Wir kämpfen um unser Leben, wie ich es mal gesagt habe. Ja, ich lebe, ich lebe. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich lebe, ich lebe. Vielen Dank.